Herzlich Willkommen zur 10. Folge Raft mit Felix und... Felix... Guten Tag. Achso, Maximilian, der fehlt auch noch. Danke. Ich bin auch dabei, hallo. Hallo. Mann über Bord. Ach nee, Frau über Bord. Ach, das ist eigentlich so wichtig. Alter, wie lange braucht ihr denn? Er kocht doch, wir haben Hunger. 5,5 Stunden habe ich gehört. Also real live Stunden. Aber warum? Weil High. Mensch, Max muss nie wieder, aber das Wasser. Es wird gerade produziert. Womit denn das produziert? Weil ist was da drin. Das sehe ich aber nicht. Da gibt ja schon wieder die Sachen da raus, ich glaube es hat. Als ich die schon wieder nicht getreten habe. Aber wie lange gebraucht denn das Ding? Das braucht eine Weile. Ich hab Hunger. Ungeduld ehrig. Mensch, ich mag es da schon wieder nicht mehr voll Wasser drin. Mensch, ich mag es da schon wieder nicht mehr voll Wasser drin. Da hat kein Wasser mehr drin. Gibt kein Wasser mehr. Ich muss die Oberwürfer draußen lassen, schade. Wann merkt man denn das, wann das fertig ist? Dann kannst du mit deiner super tollen Tonschale daraus ein bisschen zu essen holen. Aber viel Spaß mit deinem nicht voll in eine Tonschale zu kaufen. Das Essen ist fertig ohne Tonschale. Sag mal bitte, bitte Felix mit mir Tonschalen, dann kriegst du eine Tonschale. Danke. Und mich? Ich bin auch einer. Der hat vier Stück bekommen von daher. Sag, der vier Stück bekommen hat. Ich koche ja hier auch, ja? Das war jetzt aber schnell wieder weg. Riecht nach Fisch, schmeckt aber ganz okay. Na gut, okay. Riecht nach Fisch, aber schmeckt. Oh, scheiß Rüben hier. Wie viel macht so eine Tonschale hier? Das ist ja trinken. Das hat so eine Suppe an sich. Ich dachte, das ist Essen. Da ist ein Fisch drin. Vor allem, es guckt nur ein Fisch raus. Obwohl ich zwei reingepackt habe. Ist doch nett. Ich glaube, ich muss nochmal angeln. Hör, wer? Mag ich hitte sie nie. Vorher war das einfacher, die zu ent, irgendwie. Jetzt brauche ich nur noch so wenig Holz. Ist hier los? Fahren wir überhaupt? Jetzt wollte ich auch gerade fahren. Wenn dein Segel so ist, wie es ist, dann würde ich überhaupt nicht weniger. Ja, so auch nicht. So auch nicht. Aber wenn ich hier der Navigationsprofi oder du? Du bist der, der da oben drauf steht. Von daher? Ja, dann sag mal. Bewegen wir uns oder bewegen wir uns nicht? Ich habe irgendwie so dafür, dass wir uns nicht bewegen. Wir bewegen uns Vollgas. Was? Ich hätte behauptet, wir bewegen uns nicht, weil wir Wellen nicht. Wobei, haben wir Wellen von hinten oder von vorne? Wir sind nicht so sicher. Von vorne. Doch ich kann dir auf jeden Fall sagen, wir bewegen uns nicht. Wir bewegen uns dann sicher nicht. Irgendwer hat den anderen geworfen. Ich habe mich oben nicht wegbewegt. Ich gehe nicht mal wieder. Das ist irgendwie ganz kurios. Max war es. Max war es immer. Ja, egal was es war. Ja, ich war Max. Auch egal worum es geht, es war immer Max. Natürlich. Der Topf ist übergelaufen. Ernsthaft? Ja. Du bist ja. Du bist ja, ich hätte es erwischt. Im Nachhinein kann man viel sagen Max. Ob ist hier jetzt schon wieder so viel Zeug drin? äh, Flo ist hinter uns wir haben jetzt wiederweil zwei Schichten für Essen das war schön kannst du mal auf, um meine Sachen anzustalken und dich mal um dein ganzes Essen kümmern ich hab nichts mehr ich muss einfach wieder ernten ja, deshalb ja das ganze Essen ist fertig und Max denkt, ich will ernten überwettet willst du den Stein auf mich schmeißen? ernsthaft wo kriegt man die Rezepte her? aus Truhen oder aus, äh, Fresser? sind wir schon am Floß? äh, das hat schon, äh, erledigt das war ja ein richtiges Ergebnis los nicht, nur Plan und Stein die Flügel du bist wie am Ende der die das die haben wir noch planken bisschen bisschen ist gut wie viel ist dann ein bisschen bei mir 33 ich weiß nicht wie viel max hat ja weil ich hier ist nämlich der kochtopf der hat nämlich nichts mehr ich will auch immer runter ist auch wieder kaputt haben wir noch tonschalen ich habe keinen ton also nein möchte jemand einen schönen fisch eintopf nein danke ich brauche nicht ich habe genug ich verpacke es heißt der füllt essen auf und was kommt dann das grüne was noch dahinter ist das ist sozusagen schutzverbrauch was wir dazu bekommst aha ich werde auch noch mehr für schuppe nehmen wenn ich die tonschein wieder kriege gehen die tonschein kaputt ja das ist halt auch das wieso ich so nicht mal also im spiel zumindest nicht weil du verbrauchst ton und ton ist halt selten essen ist fertig warum nimmt max immer meine sachen raus kann ich nicht mal um sein eigenes zeug kümmern und ich bin ich mal zuständig aber sache meine kiste packen dafür kann da kann er gut auch ich habe einen grill am haken krass angeln ist irgendwie auf dauer ziemlich öde dein grünes zeug da ist fertig das war auch gut festgestellt danke ich habe hier auch eine wunderbare übersicht von meinem erhöhten posten hier oben stark der co max war wieder bei meinen warum nimmst du das mal raus macht deinen eigenen job selbst schafft er nicht mal die dings die möbel ist da die grill sind aus ich weiß kiste einsortieren richtig kann er ist das eine insel da ja das ist eine insel wow scheinbar ziemlich groß insel zu sein kann wer von euch diese box hier einsam ich bin zu schwer der war das kaputt muss hei kaputt lecker spieger drum oder kann ich die leute nicht angreifen ja hier ist auch schon wirklich im wasser ja aber ich habe versucht vorher anzugreifen da ist nichts passiert ja ich habe auch mehrere hiebe drauf gemacht ich hätte ja schon längst weg sein müssen genauso wie diese box was ist denn das für eine box ist denn da drin ich glaube gekocht doch wie wenn ich es richtig weiß kann sie auch nicht aufnehmen ob er schon mal runter schauen ob du die aufnehmen kannst ja kann ich warum kann er die aufnehmen jetzt soll ich noch mehr rüben ja ja Jedes Mal kommt Max angelaufen, so mit voller Hoffnung. Schon wieder hat er meine Sachen rausgenommen, ey. Hast du mal fünf Schrott und einen Bolzen? Bolzen kannst du dir selber geschärft und Schrott hab ich nicht. Okay. 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 Hi kommt, hi kommt. Achso, ich wollte einen Heiküller haben, ne? Eigentlich ja, aber ich weiß nicht, ob du den jetzt kraften kannst. Ne, kann ich nicht. Ich bräuchte Seide und ein Hering. Du brauchst aber nur einen von beiden Fischen zweimal, falls du den anderen zweimal hast, theoretisch. Hat er nicht. Okay, jetzt muss ich hier schneller raus, sonst bin ich tot. Oh, da geht's. Oh, da geht's dir aber doch nicht tot. Haben wir noch Seide? Äh, ja, in einer der Christen. In der vorderen von dir aus zu sehen links. Alles klar. Oh, oh, schnell raus hier. Ich hab dafür noch einen Leid, so ein Millimeter Leben da. Äh, Heiküller, es wäre da. Ja, dann schmeißen wir raus. Bist du weit? Yep. Wollen wir vorher vielleicht schlafen? Hm. Oder wird es grad nicht dunkel? Ja, aber es wird nicht dunkel gerade. Doch, vielleicht. Hai. Hai ist tot. Dann brauchst du keinen Haiküller schmeißen. Bist der Hai wie das wohnt. Lass es laufen den, würde ich sagen. Ey, das wäre die dümmste Idee, die du hier haben kannst. Ja, stimmt. Wenn er jetzt tot ist, ist es nicht wirklich. Los, haben wir das Wasser und los geht's. Oh, ich hab nur leider nichts. Wir wurden ja die 5 Schrott verwehrt, sonst hätte ich mir mal einen Haken gebaut. Das hat er keine 5 Schrott. Ja. Ja, dann ist Max der Erste, der am wenigsten den besseren Haken braucht. Das ist echt auch schon wieder eine gute Idee. Ja, wenn ich jetzt einen baue, dann baue ich gleich die Vernünftige. Ja, aber du brauchst ihn ja auch so oft. Ich würde halt mittauchen, wenn ich einen Haken hätte, aber ich hab halt überhaupt keinen Haken. Du willst mir sagen, dass du kein... ...ein... ...holz und... Kann man denn so schlecht ausgestattet sein? Ich glaube, ich hab irgendwann jemand meinen Haken mit dem. Ja, vor 37 Folgen oder so. Oh, hier ist echt gut was drin, ne? Ja. Ich such mal die Unterweistung. Dein Inventar scheint voll zu sein. Echt? Ja, da ist grad ein Eisenherz hochgeschwommen. Oder Metallherz. Hast du noch ein Metallherz? Ich hab's aufgesammert gerade. Oh, ich sterbe gerade. Das ist nicht so gut. Ja. Unsere Essenskisten sind voll. Ich glaube, das ist so ziemlich die beste Insel, die wir bisher hatten, von dem Unterwasser her. Warum? Weil das hier hinten noch immer weiter geht. Hier ist so viel Zeug unter Wasser, das ist... Ja, hier hinten auch noch. Ich hab grad schon mal die ganzen Alen eingesammelt, weil die... Da frau ist ja nichts für. Hier ist auch noch so viel Eisen, so viel Schrott. Also Metall. Und auch Schrott und Ton und Sand. Ich glaube, wir können jetzt mal vom Gefühl her von den Haiködern fünf Stück oder so verschwenden lassen. Ja, verschwendet ist es ja eigentlich nicht, weil Fisch ist unendlich. Wir müssen halt nur... Und die Ressourcen... Ah, der Hai hat mich gerade abgefangen. Der Hai ist wieder da. Ein für sich könntest du wieder ein Haiköder rauswerfen... Oder könntest ein Haiköder rauswerfen, aber... Ist ja die Frage. Okay, ich glaub ich bin, glaub ich, tot. Oh ne, bin ich nicht. Wenn, dann hätte ich jetzt gefragt, wo du bist. Haiköder liegt draußen, aber der Hai ist noch nicht dran. Weil Blackbit den Hai weggelockt hat. Nö, nö, ich hab... Der ist nur an mir vorbei geschwommen. Ich hab da nichts gemacht. Der ist einfach an mir vorbei geschwommen und hat mich komplett ignoriert. Okay, mein Problem ist, ich kann jetzt aber nicht mehr ins Wasser zurückgehen. Ist der Hai inzwischen mal dran? Nö. Der muss bei dir sein. Bei mir ist... Ich bin nicht warm Wasser, also... Äh, er ist bei mir. Blackbit stinkt mal wieder so, dass das ganze Wasser gerochen wird. Vielleicht sollten wir alle einfach mal kurz an Land oder aufs Floß gehen, dass da der Hai... Wir sind alle an Land, außer dir. Ich bin aufm... doch... Ja ne, weil ich aufm Floß bin. Ich beobachte den Pöder. Jetzt ist er dran. Jo, ist dran. Rein. Ja. Alter, hier liegt noch so viel rum, ne? Ach ja. Vier bis fünf. Heike oder ungefähr. Ein Zeug, das man theoretisch sammeln könnte. Ich hab jetzt kein Wasser mehr. Die Möwen fressen gerade das ganze Essen hier auch weg. War ja auch zu erwarten irgendwie. Und es ist kein Wasser fertig. Und dann würde ich mal behaupten, du weißt warum oder von wem das nicht da ist. Er ist doch scheiße. Ja. Ja. Okay, dann mal... ... ... Vielen Dank. Ich bin tot. Wo bist du? Auf dem Boot? Jo. Okay, ich komme gleich. Brauchst du nicht, Felix? Ich bin direkt unter dem Boot. Und da habe ich vom Köder abgelassen. Ich bin tot. Ich glaube, wir können aber auch jetzt erstmal weiter. Beziehungsweise, wir können noch einmal die Insel looten. Dann weiter. Ich bin tot. 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 Jetzt gibt es ein Stück. Ja, ist schon kaputt. Ja, ich... Komm gerade mal an der Kiste. Also ich reparier das Fuß nicht nochmal, ey. Aber wir müssen leider auch schon wieder Feierabend machen. Deswegen würde ich sagen, hol da rein. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao, ciao.